ja und warum mein name ist aniel und spiel muss euch zurück zuletzt da war ja da wird sich die knarre ziehen kann okay in der letzten folge haben wir ein wenig in den stadt mond hier erkundet sind auch so gut wie fertig hier auch mal hier der hintergrund von dem ding cool aus und ja mein plan war irgendwie hier noch ein bisschen so durch die gegend zu rennen auf anderen planeten um so weil nicht ein paar geheimnisse zu finden und so hier rein zu schneiden und so aber dann ist mir eingefallen warte mal die sind weg geflogen die ganzen leute und ja mit am ende ist und ja das heißt ich kann ja nicht weg und das heißt ich muss hier erst mal fertig machen da ist nämlich um wieder durch die gegend rennen zu können wir haben 95 prozent erledigt dass so viel ist ja eigentlich gar nicht mehr übrig ich weiß nicht die mast die machtrisse habe ich glaube noch nicht erledigt und hier ist auch noch irgendwie was ich noch nicht habe wort war ob ich dadurch okay hier muss ich irgendwann mal hin aber da machen wir am nächsten mal natürlich eine gute idee erstmal nicht ins team zu holen bevor wir in den postkampf gehen ich bin mir sicher es kommt jetzt zum bosskampf ne wir haben ray bis hier schon getroffen auf diesem planeten also der hat mit uns gesprochen der letzte folge haben wir so ein neues upgrade bekommen wo wir jetzt hier mit mit diesem komischen ballon drehen hier interagieren können und ich würde sagen wir machen das dann mal habe ich das ding da hinten schon abgeschossen dahinten das elektro teil immer nicht sicher wie machen wir doch mal wo das nicht gemacht hat aber ich habe es mal aktiviert hat glaube ich nichts gemacht ja ich bin mir sicher es kommt jetzt gleich ein boss kampf also das wird bestimmt hier lustig wenn wir damit vielleicht sind dann kommen wir mal wie es weiter gehen ich muss gedrückt halten sorry es hat uns ja hier der anführer von dem black limerade aus der hat uns ja ja eingeladen diesen turm und dahin steht er schon und wir müssen uns wahrscheinlich gleich oder jetzt mit dem kloppen drei prozent habe ich jetzt hier folge ok ja mal gucken wie das hier ablaufen wird was geht es heißt mister jede wieso habt ihr die anlage aktiviert es ist viele jahre her seit ich zuletzt einen jedi tötete wieso habt ihr die anlage ab dich verstanden vor langer zeit besiegte mich dagegen im kampf er war meine treue wir kämpften seite an seite bis die idee die ihn verraten haben es bedurfte viele deines ordens um mich zu besiegen und dennoch morgen sterben sie verweigerten mir den krieger tot über jahrhunderte ließen sie nicht in einem käfig verraten und so scheinen unsere schicksale verwoben zu sein der verfall deines ordens ermöglichte mir die flucht und doch hat sich nichts geändert du bist nach wie vor der ganz diener zeit schmälert keinesfalls meine loyalität ohne einen kodex dienst du nur dir selbst wirst du dafür ich habe ein großes schwert mitgebracht extra für diesen kampf weil ich mir schon gedacht habe ich habe die zurückschießen kann das war doch knapp gott ich habe ich mal auf screen ausprobiert haben wir aber so sagt kann ich irgendwie zwischen den themen überhaupt machen das sieht man so aus wird auch definitiv nicht nach dem markt lassen macht so viel schaden mein gott den seine angeboten immer bin ich gerade über den angeboten bin ich kann ich glaube das spiel ist irgendwie so programmiert die nur angreifen wenn ich angreife wenn ich angreife ich versuche die ganze zeit jetzt zu warten ist er hier meine lücke hat und dann greift an und dann greift er an und natürlich sind gegner immer schneller in angreifen und dann kommt mein angriff nicht durch getroffenen schaden naja ich nehme das mal kurz ich drücke jetzt werk mal ein bisschen geduld ich mache hier auch bei den kaputt die ganze zeit da wollte ich gar nicht warum läuft der kampf ist tausendmal besser warum habe ich jetzt hier volle kontrolle über diesen kampf von leid da muss der kampf ist einfach weg noch mehr der weg war mein großes schwert aus wobei ich mir schon gedacht hat der ist irgendwie so großer typ damit dicken angreifen angriffen okay da kann es ja nie im leben gewesen sein dabei neben leben schon alles wenn es auf den kopf ziehen ein dickes schwer darauf habe ich schon sagen habe jetzt viel zu einfach gewesen ich muss jetzt mal zwei von den dingern kaputt gerade den kampf unter kontrolle hat und er kommt ja natürlich bin da geht es gut ja ich kann aber aufzuschießen bei mich abheilen gedrückten er war schon ja nicht geklappt natürlich meine frage ist jetzt muss ich jetzt immer eine phase anfangen oder habe ich schon gedacht habe ich so einfach hätte ich muss ja noch auf einem auch stehen ein bisschen weniger abgezogen als gedacht hätte es ist ja gar nicht so schwer die erste phase die erste phase vollständig ja okay irgendwie überspringen wenn ich dann so ein gegner ausweisen über fünf das muss ich den immer das möchte ihn dann muss er erst mal lernen macht der fischern okay stimmt zu mir hinten seiner knarre Ja, weiter. Geh mal weg. Okay, cool. Oh, ich bin tot. ich habe ihn sein erstes muss jetzt so schnell gelernt nur ich den sein muss ja noch lernen okay ein stück nein mal auf mit dem dicken schwer finde ich er hat man schafft dieser blöden ding zu treffen ich bin immer zu nah mit dem angegriff da gibt es nicht sehr gut und sehr gut manche nicht gut nein aber ich ja heilen aber danke ich muss danach noch eine runde machen die ganze ist da wird nichts mehr kann ich jetzt schon sagen ganz ruhig haltet hat viele angriffe machten der okay mit dem doppelschwert schaffen wir mit dem dicken jetzt das sei mal hier mit dings hier mit der geplant hätte den ganzen partier den typen da kommt schon ich darf den nicht geheilt gerade glaube ich aber schon mal sehr gut ich wusste ein schönes duel ja 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 die sind immer zu hoch und dann mit dem klingt sich darunter geht da hatte ich vieles ding aber wenn er mir so viel schaden macht bringt leider nix ja in diesen angriff ich weiß nicht das kriegst du hin das heißt wieder am mond schon nämlich da erledigt wie ich kein einzigen von ihnen jetzt so schießen kann die man ein bisschen schönen kollege ein bisschen zu schnell an ja ich bin voll ausgewickelt hat er voll gesehen ja 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 ich habe keine stimmen für dich gerade er macht viel zu viele angefangen ich kann die nicht alle blocken ich glaube ich auch ein doppel ich schwert hier ich würde jetzt mal raten blaster wird gegen den nichts bringen nach vorne weil er so eine dicke rüstung hat ich mache dafür die zweite phase für seinen blast eigentlich hier die meisten angeführt zurückschieben kann warum er ausreichend ja wenn er von so schießt kann ich da treffen aber wenn er so nach oben steht bringt ja natürlich wenn ich drücke komm die erste phase von dem langsam sieht dieser zweite stimmen dann noch sehr reizvoll aus ich weiß nicht wie die langen aufweiten wollen wir da einmal anfängt ja aus aber na guck mal nein ich freue mich so auf den so da ungefähr parieren aber bringt nichts na komm schon vielleicht hat er wieder geschossen man wenn ich alle von ihnen zurück schossen mich da recht aufladen natürlich da natürlich ich möchte mich noch einmal doppelt schwer draußen bringt er scheint ja relativ öfter zu schießen ja ich gerne vorweg sammeln eine stärke ich muss nicht einmal dauerung machen kann also die einzige art wie ich irgendwie schaden waren kann habe ich auch für den an seine angriff sind viel zu lang ich kann da nicht zwischendurch ausweichen naja ich fand das so relativ gebracht der kampf noch weiter gegangen wer hätte vielleicht was gebracht aber nämlich schon k.o. geschlagen vor bis dahin ich habe ich habe es kann ich natürlich nicht verrieren nur so kurz davon zu passieren gerade wenn ich es am meisten brauchte naja mehr stück ja nicht reichnet immer einen angriff zu wenig ein schiefer jetzt nicht auf mich hat aber gerade auch nicht gelaufen ja 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 so weit ich hole mal eine knarre aus okay die macht ist mit mir immer die knarre und doppelklinge mal ich gehe nicht mal so viel schaden also drei angriffen von dem weg so ungefähr ein bisschen leerlauf dazwischen naja klar da macht er nix anschauen irgendwie war hier schon gemacht da sehr viel mehr schaden Oh Gott Aha Aha Ich bin an den Ich habe mich aber nicht getroffen Ich habe mich aber nicht getroffen Okay Hauer Ich habe mich damit am meisten Schaden Ich kann es doch Ich kann es doch eindeutig Das ist der Ding Ah, das ist voll voll kräftig Gehe ich nie hin Du bist gerade bei dem Bogen gleich Ich habe es genau gesehen Mir sollte man unter Ich habe sogar Ende So wie mache ich das jetzt Woher ist der macht immer so viel bekommen muss Ich habe mich da richtige dinge ausgerüstet Warum habe ich den organischen schaden Heilt er sich Ich glaube der heilt sich Ich glaube ich spinne So lässt sich echt heilen Mir doch nach dem solchen den Namen besiegen Das ist so viel Der heilt sie Wie soll ich den dann erledigen Hallo Mit dem blaster bringt es irgendwie nicht so Das problem ist Ich kann auch diesen planet nicht verlassen Das heißt ich könnte mir selbst wenn ich jetzt irgendwie weil sie nicht Wenn ich Hier Irgendwie grinden will oder irgendwie mich verbessern wieder so geht gar nicht kann ich kann ja nicht von diesem planet mehr weg Ich könnte die macht das hier versuchen Ich will aber jetzt nicht eine stimme an dem postkampf sitzen Ja wenn er sich echt heilt dann weiß ich echt nicht was ich dagegen machen soll Ich hoffe Ok ja das war so viel ausdauerschaden und parade tue ich ja keine ausdauern schaden nehmen ich mache so selten also sollte das wissen hat du sagst du hast mich jetzt noch getroffen so wie mache ich das jetzt ja okay du darfst dich in roten angriffen machen und dann du hast echt keinen roten angriff machen mehr und dann ja guck mal der macht einen roten angriff und danach ich kann natürlich ausweichen mit dem kampf gewinnen guten todes wir sind fertig wir sind noch nicht fertig fertig ja das wollen wir ich möchte nach unten schmeißen oder was wenn er sich echt halten dann die glaube ich nicht dass ich denn jemand schaffen werde da halt sich ganz langsam glaube ich ich weiß auch nicht manche anreffen kann das dauert im angriff ich kann ja nicht ausweichen ich habe mich als ich denn schaffe mal ganz ehrlich ich weiß nicht wann ich hier angreifen kann ich glaube nicht dass ich denn schaffe ganz ehrlich ich auf großmeister ja genau kerl ich glaube ich da ich denn schaffe ganz ehrlich das haben wir ja noch so keine unterbrechung auf so wie ein treffer wenn du ein blaster ja schon kraft zertrümmern schütze mehr schaden der begrenzt sich bis zu einem mindestwert zu meinen erfahrungen herausnehmen ich glaube nicht dass das auch so sehr bringen wird aber im moment muss man ja alles hier versuchen da kann ich auch eigentlich nicht tun ich glaube da ist der erste kampf den ich hier nicht schaffen werde kanns losgehen bd hm 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 ah vorhin zu brechen aber dann kommt er mit seinen roten angekommen gegen die ecke ich bin eigentlich heute eine menge aufnehmen aber so wie das aussieht wird hat hier wohl nichts weil ich werde jetzt nicht mehrere partie versuchen an denen zu kämpfen wird ja ein paar versuchen an denen da muss ich mir überlegen nicht weil ich muss ich wohl wahrscheinlich hier neben quest ein bisschen sonst bringt das hier nichts er hat sich selber angekommen ich werde blöd machen ich bin da muss ich mit karen kommt hier an dem die einzige möglichkeit wo ich dafür den chance machen und jetzt kommt er ist ja wieder der schmerz da hat er nicht fertig genau wenn meine heilung ist gar nicht da ich weiß nicht wie ich den kampf sonst machen soll also feigheiz modus da ist ruhig mal auf dem boden ja nach den dingern ja 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 ich habe mir aber nicht eingebaut er tut sich echt heilt oder so ganz lang da werde ich jetzt durch oder was nein mehr da bringt mich um jetzt habe ich ein bitte ja so läuft hat gerade irgendwie nicht die eleganz weise zu gewinnen ich bin doch ausgewichen ha ich bin doch ausgewichen bin doch voll ausgewichen hat man auch gerade voll gesehen hat den kampf voll unter kontrolle hat also den abwehr bonus abwehr nicht schlecht nur 1 über mehr radio fehlen würde da ich kann den neu aufjahren kampf werden ganz ehrlich natürlich wenn ich getroffen nein schieß zurück man klasse muss das ding 2 natürlich sowieso wegzugehen wenn wir in die zweite fall drüber gehen ne schein aber zu lernen ja 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 ich mach aber immer noch drei angekommen ja 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 naja ich bin ich geil jetzt wieder dieser horror weiter jetzt schon wieder los nein ich habe gemerkt dass hier ist man wirklich damit zur abwehr ich dachte mir voll meine sollte nicht ab wie sie ein mann aber ich bin sogar unbesiegbar da wollte ich nicht machen da wo ich so gierig mein gott aber ich probleme gegen diesen gegen diesen typen aber nicht gegen diesen einen jedi vom vorhunderten von jahren oder was weiß ich von wie viel an der kommt aber diesmal weil sie nicht auf das herz ist und meine nase dauern wie blöde schön wenn ich auch ein bisschen knifflig und schwierig hier habe ich da bitte nur ein paar von ihnen doch schon noch ausgewichten vielleicht noch ein bonus hier irgendwie bei dieser abwehr durchsprechen bringt glaube ich irgendwie gar nicht vor dem oh mein gott das ist auch mein gott gerade wenn ich irgendwie gibt es einfach nicht oh mein gott die schlechte erste runde überhaupt was er da bin ich auswischen habe ich voll in die rein gerannt wenn er und da habe ich nicht ausgewickelt ja sagt jetzt gibt es da jetzt nicht mal macht er bleibt aber ich immer noch an alle als gehe ich schon wieder wenn ich habe in die nächste runde antäuschen noch heiß war der 2 ja ja da waren viele angeblich machen wir wie solche dann ausreichend Ich weiß ja nicht, wann ich den angreifen kann, aber nicht, ne? Ich will nicht in dieser Situation sein. Vielleicht hat er sich donnen, ich weiß es nicht. Ich hab noch nicht bei den Blasen geschehen. Ich bin tot. Ich brauch Hilfe. Hier ist es noch nicht vorbei. Ja, guck ich mal in diese Kombo an von dem. Oh mein Gott. Oh. Ja, natürlich. Ja, der macht einen roten Angriff, der macht ja noch fünf Angriff. Nein, nein, nein. Hör auf. Nein, nein, nein. Hör auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, komm, komm, komm. Oh Gott. Komm, komm, komm. auf mich. Ich geh nicht in den Nahkampf mit dir ganz vergessen. Oh nein. Oh nein. Ah. Oh man. Oh nein. ich muss meine macht hier so brauche ich dennoch widerstandskraft block anzeige wird erhöht nämlich ich merke irgendwie kein unterschied davon aufschaden brauche ich block anzeige kommen irgendwie lebensregeneration wo ist das minimal wachtregeneration das will ich gerne haben kann losgehen du kannst du außerhalb des kämpfen nicht dann macht regeneration hier anzeigen lassen leider woche ich hatte ihn nur einschlag einschlag ich kann unterschiedliche leise zwei langer von meinem blog anzeige zu zerstören oh my god Oh mein Gott, ey, 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 hat er genau gemacht, nachdem ich das gerückt habe. Ich hatte sogar halbwegs so verriert, ey, er bringt nichts, wenn ich nie was davon bekomme, wenn ich irgendwie zum Fallen bringe kann. Oh, okay. Ganz locker, Kollege. Aber ich kann ihn immer danach angreifen, aber dann bringt es da irgendwie nicht so. Ich habe jetzt mit meinem großen Schwer ab. Oh, ich bin tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Komm an, gerannt. Nein, nicht so. Es war ein bisschen billig, so wie ich das mache. Aber ich weiß nicht, wie ich den mache. Oh. 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 ich geh da jetzt kein risiko ein, ne kollege ich weiß jetzt bist du mit deinem blaster um die ecke gekommen oh mein gott nein ich hatte nie man kann diesmal vom baller mal wieder oder reift danach noch mal nein da war ich bereitet na komm komm an gar nicht oh mein gott ehrlich mach ab ich dachte er macht jetzt einen roten an nein nein er ist nicht fair komm an dran mit einer knappe meine ich ergebe mich genau eine stunde gebracht die anzeige ist gerade bei mir auf eine stunde nicht direkt gegangen wo ist der kompass oh mein gott sanitary crease observatorium wie decken vermutet hatte ich habe frei gemacht es war ein gummi bärchen es war gar nicht mehr so eine 1 kilo box gold kämpft mit mir gemeinsam können wir decken die stirn bieten oh ne bohne oh hmm oh köstlich nach all den jahrhunderten träume ich noch immer von tennelor ich hatte gehofft es wieder zu sehen aber das wird nicht passieren raves decken gerrach steht euch im weg ihr müsst das nicht tun nur einer von euch wird tennelor erreichen die 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 gewährt mir meinen Kriegertod jetzt wir sollten gehen ok ok verfolge ja geht mir noch nicht mal ein ganzes ding ok ok wir haben ein paar gewauft damit kann ich mich abfinden neuen bonus so ich würde sagen bevor wir weitergehen kann ich überhaupt zurück na gut na gut ich würde erst den nächsten meditationspunkt bitte erreichen ja wenn ich jetzt bald passiert ja jetzt dann müsste ich noch mal in den künften kannst du mich hören ja ich weiß nicht was du getan hast aber die normalen troiden haben ist ziemlich eilig zu verschwinden der landeplatz ist frei ja ja wir warten auf dich kleiner ok dünn 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 vielleicht hatte vielleicht hat es recht eine art ganze abkürzung bis zum ding hat sich vom jedi kodex abgewandt guck mal meine haare anziert von seiner besessenheit mit tenalor denn dann unterscheidet sich das von dem was wir tun ja wir sind die guten kerl und die sind die bösen danke für deine hilfe ich merke aber ganz schwer von einem abverlangt ne stellen wir euch noch einen fehler an erinnern muss den ganzen weg noch mal zurück hinspringen ok gott dann ich muss meine mitte manchmal kurz hier nickerchen woher gucken wir uns mal an was der nein mit der bohne ist man will ja unsere erfahrung hier rein weil wenn ich mal ein level abbekommen würde ok geduld an er hatte ich letztens schon was war das ob wir zu durchbrechen hätte ich gerne wurschein hätte ich gerne dann habe ich noch einen punkt präzision und habe ich gerade bekommen präzision ja ne er trefft sich halt ne präzision ne noch ganz einen schaden parade zeitraum runter näher hatte ich doch schon mal glaube ich hast du mir einen treffer wenn du im blaster nicht auch schon vorher ich bin blind oh ne zentriert dann einen kleinen bereich taumel sich heilt was wer kann einen treffer einstecken ununterbrochen zu werden gegner mit schub wegdrücken keine unterbrechung klingt schon irgendwie besser ne aber ich habe gar nicht so viele im wurf schein hätte ich eigentlich gesagt hoch nehmen wir das thema nein hat hier gott aber wir sind noch nicht fertig auf diesem mond hier ne aber wo noch prozent haben anscheinend wo alle gebiete erkundet aber wir sind noch einige sachen die man noch nicht gefunden haben darum kümmern wir uns beim nächsten mal ne würde ich sagen gott dann sage ich dankeschön für wieso schauen bevor ich diesen kampf in einem partner geschafft habe genau in einem part und ja wird bis zum nächsten mal werden wir uns mal ein bisschen hier vorbereiten habe ich sorge für so alle möglichen sachen finden damit ich halt nicht mehr in so eine situation reinkommen guck mal ne in dem sinne sage ich dann dankeschön fürs zuschauen ich hoffe euch hat dieser part welcher nur ein boss kommt war gefallen ähm ja hinterlassen like abo kommentar oder halt gute zeug ne dann sehen wir uns ja in der nächsten folge wieder wo wir hier noch weiter mal auf den zentrierten mod ne ein ganz kleines bisschen ne gut ciao so so